Hallo und herzlich willkommen liebe Soldaten zu einer neuen Episode Let's Play Battlefield 4. Wir spielen der versunkene Drache. So heißt die Multiplayer-Map hier vom DLC Dragon's Teeth. Ja, der neueste DLC und bald kommt ihr noch an weiterer Download-Content mit zukunftsgenerierten Inhalten, wie zum Beispiel einem Panzer, wie ein Hovercraft und so weiter. Wird richtig cool, ich bin mal gespannt. Und das Herbst-Update steht auch in den Startlöchern oder ist wahrscheinlich schon draußen, weil diese Folge wurde ja schon ein bisschen früher vorproduziert. Ja, wir spielen den Eroberungsmodus mit dem Bronzai und natürlich auch den Gexy-Pro-Sniper von den Feinsten hier. Spielst du übrigens Sniper? Nein, ich spiele keinen Sniper. Das hast du uns doch gerade verboten. Ach nee, das ist der selber, wo man gar keinen Sniper spielen darf. Genau, ja und das ist der Hardcore-Modus. Oh ja, oh ja. Da ist zwei, drei Schüsse und du bist Geschichte. Du kannst dich vom Boden auf kratzen, aber die Map sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ja, sieht echt mega aus, ja. Ja, ähm. Aber die meisten Maps aus den neuen DLCs sind echt der Hammer, muss man echt sagen. Wenn man sonst jetzt ohne Premium gespielt hat und jetzt halt die neuen Maps sich mal ansieht, da hat sich einiges getan, auch im Level-Design. Alter, guck mal wie krass, der ganze Palast ist eingestürzt da. So, da vorne ist Punkt B, da gehen wir glaube ich erstmal rein, ja. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt Punkte kriegen, weil wir sind schon wieder im Umstand. Pass auf, da oben sind die ersten Helis am Start. Ja. Ah, da landet gerade einer, links. Ah, egal, lass den, lass den, oder? Oder den holen wir uns, komm. Sehr schön. Ist der tot, da ist aber noch einer. Der ist tot? Von rechts, von rechts. Nee, der Team hat mich zerwischt. Ich bin tot. Komm zurück. Ich hab verstanden, der Bronze ist tot. Bronze, du müsstest doch Medic sein, du müsstest mich doch wiederholen können. Ja. Ah, wunderbar. Guck mal, das wird einem auch nicht mehr angezeigt, das ist so krass. Oh, Granaten fliegen, Alter. Wir müssen wir weg, Leute. Also das Einzige, was jetzt hier im Hardcore uns angezeigt wird, ist halt der grüne Punkt. Ja, wir stehen jetzt so offen. Hardcore, Alter, ab in die Garage, zack, ich bin in der Garage. Brauchst du? Ja. Okay, du kannst ja bei uns spawnen dann, ne? Hardcore ist natürlich echt eine Herausforderung, ne? Weil zwei Schüsse zumeist und dann ist man tot. Ja, du siehst hier keine Map, du kannst keine Gegner markieren, gar nichts. Na, den umlaufen wird's, oder? Oh, der kommt hier rein. Nix wird umlaufen, der wird getötet. Hast du? Super. Jo. Okay, was nimmt die gerade ein? D nimmt die ein. D, direkt über uns. Ach so, aber das ist trotzdem ein Eroberungsmodus, das heißt, wir müssen hier die ganzen Flaggen einnehmen, ne? Die Punkte. Genau, genau. Wir gehen übers Treppenhaus. Da kracht das auch schon. Da auch schön zusammenbleiben, Jungs, hier im Squad. Super. Ah, wir nehmen die wieder ein. Nice. Sollen wir trotzdem hoch, oder was? Ne, ne, wir haben es jetzt eingenommen. Ach, okay. Und weg hier. Wieder runter übers Treppenhaus. Okay, okay. Nicht mal so offensiv hier rumrennen. Warte mal, warte mal. Hier draußen wird geschossen. Was soll ich gerade sagen? Ja, da ist keiner. Ah, da kommt was hoch. Ich bin tot irgendwie. Hä? Selbstmord? Das ist der erste. Huah. Alter. Ich stehe hier einfach und dann steht da so Selbstmord im Kampf gefallen. So, ich lau mal mit dem. Alter, pass auf. Ah, hier. Huah. Die sind in der Garage tot. Hinter mir irgendwo. Boah, mit dem Panzer oder was? Ja, genau, mit dem Panzer. Okay, spawnen bei mir. Keine Chance. Ah, scheiße. Da, der Dennis. Rein, dann. So, erstmal muss ich jetzt wieder zu euch aufrücken hier. Wo ist der Panzer? Das war kein Panzer. Da links, rechts waren welche. Doch, mich hat ein Panzer gekillt. So ein LA View. Oder LA View. Was soll der denn sein? Ach, da vorne. Ich sehe, ich sehe. Kannst du den kaputt machen? Komm mal hier rein. Ach ja, die guten alten Pöller. Bruns ist unter Schuss. Du Schuss. Ne, ich bin tot. LA View, 25er. Ja, siehst du. So, beim Hardcore-Modus muss ich natürlich im Bronz auch mal sagen, falls ihr das noch nicht so aufgezockt habt. Ihr könnt natürlich auch eure Teammates töten. Ja. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Soll ich jetzt Pionier nehmen wegen dem Panzer? Ja, Pionier. Wir brauchen einen Pionier. Ja, ja, der Bons-Soldat und einen Sanitäter. Nimmt der Curry am besten einen Sanitäter gleich. Oder ich kann den auch nehmen. Okay, dann müsst ihr mal sagen, wenn der Panzer steht, dann hole ich mir den mal. Ja, am besten mal höher gehen. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Wir brauchen den Überblick. Erstmal Punkt D abchecken. Alter, da ist grad voll was eingeschlagen. Äh, äh. That was my Hilly, du Lutschershatt an den Chat. Ja. Okay, verteilt euch mal. Pass auf, nicht, dass der LRW gleich hier eingerollt kommt. Okay, ich bin hier rechts. Ja, ich hör schon irgendwie hier. Eder. Einfach aufpassen. Aber ist natürlich auch für die Gegner. Die können uns natürlich auch nicht sehen und nichts. Das ist halt schon echt mal ein anderer Spielmovie. Ist eine Herausforderung. So. Ich hab grad einen Laserpointer. Ich hab grad einen Laserpointer. Ich hab grad einen Laserpointer. Wer von euch hat einen Laserpointer? Keiner. Nee, 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 keiner. Kommt einer. Pass auf. Wo denn? Wer zu sagen? Kommt nichts. Ich hab grad den Laserpointer gesehen. Ja, ja. Den hab ich auch gesehen. Wer auch nen Panzer? Wo hast du den denn gesehen, den Laserpointer? Boah. Da oben. Direkt über uns. Tot. Ja, über uns. Ja, einer ist weg. Einer ist weg. Ja, ich hab ihn weggeholt. Okay, wir hauen mal hier ab. Wir gehen nach E, oder? Jo. In dem Modus geht es natürlich darum, jetzt nicht die meisten Kills zu machen, sondern Sachen einzunehmen. Genau. Und um das Teamplay, um seinen Squad zu unterstützen. Wie kommt der? Oh, rechts, rechts. Da, genau. Da, wo du grad hingeguckt hast. Was seht? Komm, Leute. Pass auf, nicht in die Schussbahn. Jawohl. Einer ist tot, einer ist da noch. Einsatzziel Echo wurde gerade neu sanitiert. Links, links, links. Weißte. Der wäre jetzt natürlich kein Sanitäter. Pass auf, Dennis, von links. Oh, hinter mir. Hinter dir. Ja, ich wechsle jetzt die Klasse. Nur ich war halt die ganze Zeit am Leben, deswegen konnte ich nicht wechseln. Boah, die Granate ist direkt explodiert, Alter. Was ist das denn? Hat er die vielleicht festgehalten? Wir spawnen bei D. Ich spawnen bei mir. So, ich mach den Sturmsoldat, ne? Ja, einer Sturmsoldat, einer Pionier und einer... Ja, ja, ja. Okay, pass auf, ich spawnen beim Curry und dann gehen wir uns D zurückholen. Denkt dran, auf die Umgebung achten, Leute. Komm mal her, komm mal zu mir rüber, hier. Okay. Wir machen das ganz clever. Ah, links, links, links. Weg links, Dennis. Links, links, links. Oh, ich sehe ihn nicht. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Zwölf Uhr. Äh, äh. Ich hab ihn. Tot? Nee, nee, aber der ist da. Warte, ich geh weiter ran von links. Boah. Boah, Alter. Alter, von der anderen Seite, von der anderen Seite. Hier bei der Einfahrt. Boah, das ist so doof, dass man die nicht markieren kann. Das macht das voll schwer, die Leute zu orten. Schön, Bronze. Scheiße. Ja, ich hab ihn geholt, aber da ist irgendwo noch einer. Dann kommt mal nach E, kommt mal nach E, Leute. Okay, alles klar. E wird gerade reingenommen, ne? Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall auf die Punkte konzentrieren. Draußen uns festnageln lassen, das ist echt scheiße. Genau, E müssen wir einnehmen. Da, da, da. Direkt mitten am Platz. Okay, ist tot. Da ist ein Panzer, Leute. Oh, fuck. Okay, lenkt mal den Panzer ab. Ab in den Container. Komm, Bronze. Lenk ihn ab, lenk ihn irgendwie ab. Ja, du musst ihn ablenken. Du bist Pionier, Freund. Panzer zerstört. Sauber. Super, super. Mega-Aktion. Hier einnehmen. Komm, komm, go, 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 go. Okay. Welche Klasse spielt so, dass du C4 hast? Versorger? Ja, ja. Ich will immer Versorger. Okay. Aufpassen, aufpassen. Ich dachte immer, das hat nur der Aufklärer irgendwie. Oh, ich höre stimmen, ich höre stimmen. Ja, das ist ein Kollege da hinten von uns. Russen. Wir sind die Russen gegen die Amerikaner. Ja, aber der spielt. Okay. Okay. Boah, da oben. Bei D oben. Boah. Von da oben. D oben. Ja, ja, ja. Ich seh's. Eine Chance, Mann. Ey, kein Visier. Alter, die sind in der Überzahl. Fuck. Ich muss hier weg. Ich begebe mich im Sicherheit, Leute. Dann könnt ihr bei mir spawnen. Boah. Ja. Ja, mach mal. Alter. Auf jeden Fall müssen wir im Pass. Du bist. Äh, Punkte da. Oh, nein. Alter, wenn die dich einmal sehen und dich unter dem Beschuss nehmen, hast du keine Chance. Vor allen Dingen, wenn da so drei, vier Fraktionen stehen direkt. Äh, wir spawnen bei E, oder? Ja, ja. Die holen sie, wollen jetzt eh auf jeden Fall zurück. Ja, ja, die nehmen das schon ein, die nehmen das schon ein. Ah, fuck, Alter. Ah, Mann, ey. Dann von, komm, starten wir, ja, eh, das Auto, oder? Oder, nee, ich will von C sogar nach D rüber laufen, komm. Seid er da? Ja. Ja. Ich spaw dann einfach mal im Auto hier. Oh, Gott. Fuck. Okay, ich spawn bei dir, ich spawn bei dir. Warte. Ja, alleine hast du hier überhaupt keine Chance. Das bringt nix, ey. Nee, nee, nee. Bin ich einmal getroffen, oder was, Alter? Würdest du mich verarschen? Vor allen Dingen, irgendwie haben wir keine Fahrzeuge, aber die haben die ganze Zeit diese Panzer da. Okay, wir, wir nehmen, ah nee, die Gegner nehmen A ein. Bei EU nochmal spawnen, oder? Nee, bei C, Mann. Ja. Okay, C, ja. So, B vielleicht? Jetzt muss ich aber mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, Leute, ich hab übrigens die Map noch nie gespielt, also das ist ein bisschen ein Nachteil für mich. Ja, wir haben die alle noch nie gespielt. Warte, der Bronze hat die schon gezockt. Nee, nee. Die hier noch nicht, die hier. Nur, äh, Propaganda hat die schon gezockt von Dragon's Tees. Die macht auch echt einen ziemlich guten Eindruck. Nächste, wo einer, aufpassen. B wird grad eingenommen von D3. Ja, ich hab das. Ja, rechts. Oh, Alter. Die stehen die ganze Zeit in diesem Parkhaus, Mann. Ah, Alter, Mann. Von allen Seiten. B wird grad eingenommen, sagt ihr. Ja, D ist schon eingenommen und B nehmen wir grad ein. Boah, Alter, das kann doch nicht sein. Ist echt schwierig. Komm, mal steig mal bei mir im Heli ein. Ich würd jetzt sonst mal zur A rüberlaufen, oder irgendwo. Alter, sehen sollte er bei mir im Heli kommen. Ja, ich bin ja hier noch auf der Karte, noch nicht tot. Okay, ich spawne bei dir. Kann man mit dem Heli schießen, wenigstens? Warte. Ich liefere mir grad den Heli-Duell. Oh, zack. Oh, 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 Alter. Raus, 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 raus. What the fuck? Wo steh ich denn drauf? Alter, lol, tot. Explodiert, weil der Heli explodiert ist. Was ist das denn? Bist du gegen das Haus geflogen, oder was? Ja, ja. Ich treffe ihn einfach nicht. Was ist das denn? Warte, ich versuch bei dir zu spawnen. Ah, jetzt. Komm schon, ich will bei dir spawnen. Das geht nicht. Ach, bestimmt, weil du gerade im Kampf bist, ne? Mega gutes Verstecken. Mich sieht gar keiner. Ah, Bronx, ich spawne bei Bronx und nehme mit dem A ein. Genau. Geh mal eine Säule weiter, oder so. Okay, mich hat einer gesehen. Ich bin tot. Wow, fuck. Bronx, der ist rechts. Alter. Alter, Alter, Alter. Der kam mit der RPG geschossen, hast du gehört? Ja, auf mich. Scheiße, ne, ich falle das mit dem Granatenwerfer, aber... König Funk, ist sofort überrascht. Okay. Wir laufen jetzt von B nach A rüber. Okay. Alles klar. Ey, wir müssen das jetzt mal hier besser machen, Leute. Das ist... Äh, ist ja ein Witz. Ja, Hardcore ist echt krass, ey. Muss ich echt sagen. Alter. Cool, das aussieht, ey. Äh, mega. So. Jetzt zu A. Ah, die stehen ja schon wieder am Pier, direkt links von uns. Ja. Keine Chance. Du kannst nicht mal rumlaufen, irgendwie eine Sekunde. Wo ist die... Ach, du hast die geholfen. Ich bin Jonas, ein feindlicher MG-Schütze. Dennis hat einen, Alter. Ich weiß doch, dass du da bist, Junge. Hier unten ist einer. Pass auf. Ist tot. Achse. Nice. Okay, nach A, komm. Und, wo bist du? Ich gebe euch ein bisschen Deckung von hinten. Ich habe hier gerade so ein Gewehr gefunden. Darf ich das benutzen, das Gewehr, dass ich hier finde? Ja, ja. Alles nur kein Sniper. Das ist aber ein Sniper. Das findest du hier halt auf der Map, ne? Achso, ja, dann kannst du das, glaube ich, benutzen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, jetzt aufpassen. Wir haben die Sniper hier ausgeschaltet, kann ich ja ganz gut sagen. Wegen Base Rape zum Beispiel. Oder Base Camping. Ihr kennt das ja, wenn die da die ganze Zeit hocken und warten. Ja, ja. Okay, pass auf, wir haben es gleich. Oh, da geht schon wieder die Action ab bei B. Ja, B wieder eingenommen. Das ist genau dasselbe Problem wie beim letzten Mal. Okay. Wir nehmen 9.1 und dann kommen wir, kommen wir, kommen wir, kommen wir. Auf geht's. Die Dragon. Wie die da so rumkreischen alle. Wenn der Center euch direkt ist. Die B wieder. Jetzt wollen wir den Laden einnehmen. Das sind hier ein bisschen im Vorteil, weil die wollen jetzt auf jeden Fall hier rüber. Das stimmt, da, da kommt einer aus der Treppe. Die müssen ja hier runter, die müssen ja hier rausschwimmen. Gegenüber, gegenüber. Ich habe ihn getötet, aber kannst du mich reviven? Äh, ja. Alter, was machst du denn da, Box? Achso, du bist jetzt auch Dings hier Sanitäter. Alter, das gibt es doch nicht. Du bist... Ah, Mensch. Das ist das doofe. Wir haben gerade beide auf den Tennis geguckt, weil wir beide Tennis wiederbeleben wollten. Das war voll der Fail. Hardcore ist echt mega krass, ey. Dann wechsle ich jetzt wieder auf Versorgung, ne? Ja, genau, mach mal. Da, komm, da rüber. Warte, nicht schießen, lass ich ihn hochkommen. Alter. Das ist das Problem, weißt du, die campen da rum. Du spawnst und bist du... Ach, Alter, scheiß doch die Wand an. Dankeschön. Mal weg hier, komm weg hier. Komm jetzt auch wieder rein. Alter. Voll unter Beschuss, pass auf. Wo sind die Lutscher denn, Alter? Wo denn? Ach, Alter, das ist... Hä? 15 Killstreak, Alter. Würdest du mich verarschen, oder was? 21,5... 21,2, das ist doch ein Cheater. Das ist doch ein Hardcore, Mann. Wie macht der das? Das kann doch gar nicht sein. Der Hardcore vor allem, ey. Vor allen Dingen, du siehst die wirklich nicht. Alter, guck mal, der kommt nur in Ecke, ich bin tot. Ja. Das gibt's nicht, ey. Oh, ich hab mal ACOG freigespielt. Ah, super, das benutze ich einfach. Wir haben auch wieder ein mega geiles Team. Kann ich hier raufmachen, hier auf die Farmer. Alter, ich schwimme gerade nach B. Hi, komm, ich komme mit. Nicht im Wasser bleiben. Alter, wir sind hier mitten auf dem Präsentierteller. Alter, was ist das denn? Ja. Irgendwo müssen wir uns an die Ecke begeben, hier. So. Was macht der denn? Ich laufe jetzt einfach mal hinterher. Wir müssen tatsächlich hier im Wasser bleiben. Boah, rechts. Okay, zack, hab ihn. Super, super. Wir müssen da im Wasser bleiben, um eins zu nehmen. Mhm. Boah. Boah, ja, dann einer ab ins Wasser und dann die anderen beiden weg. Ich bin im Wasser, ich tauch die ganze Zeit mal wieder ran. Ach, scheiße. Boah, genau deshalb hatte ich auch Angst, dass mir das passiert, ey. Haben wir, aber haben wir. Wir sind immer stürmisch unterwegs hier. Das Problem ist, wir müssen mal die Punkte halten, ey. Ich hab wieder das Gefühl, dass unser Squad alleine spielt, ey. Wir spielen jetzt auch elf gegen elf, also so viele Leute sind wir nicht. Ja, ich weiß, aber die anderen kriegen es ja auch hin, ne? Äh. Okay, die haben wieder A. Aufpassen. Boah. Wo gammelt der denn noch? Hattest du die Töte, Bronzo? Ernsthaft? Boah. Boah. Was war das denn? Alter, da kam voll die Rakete an. Eine Kampfdrohne hat mich getötet. Was war das denn? Was für eine Kampfdrohne. Ey, Bronzo, tut mir leid, aber ich war, Alter, ich dachte, da kommt ein Gegner auf. Voll konzentriert, so weißt du? Alter, ich war voll drin, so auf einmal so, kommt der Bronzo da, weißt du? Du hast doch gut reagiert, ey. Alter, komm, nee. Nicht schießen, Alter, nicht, bist du verrückt? Nee, da hast du keine Schnitte, Alter. Ich weiß. So, jetzt gucken wir mal, jetzt holen wir uns mal ab. Liegen wir uns wieder einen Panzer von denen? Dann wird's da jetzt echt raus? Ah, nein, das ist ein C4. Ja, siehe. C4, bitch. C4, bitch, ja. Ach nee, das ist so eine Flak. Was ist denn das Teil, das ist so eine Flak? Was ist das denn, seht ihr das? Ist aber von uns, so ein kleiner Mini-Panzer. Mini-Panzer? Ja. Borgens, du räumt da vorne auf. Ja, ich treff da gar nichts, Alter. Ich treff da gar nichts mit der Waffe. Ja, das ist voll schwer. Ich muss mal eine andere Waffe haben. Wow. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, Mann. Scheiße, Alter. Scheiße, das ist der Panzer. Da brauchen wir uns nicht mehr von anlegen. 9-11. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Das andere Team ist schon krass, ne? Wow. Alter, der Hedi. Und die nehmen gerade B ein, die Luletsche. Guck mal unter euch. Hier, Kevin, abdecken. Ja, wo sind die denn? Wie können die denn B ein... Da. Ich sehe keinen. Irgendeiner hat da unten gerade geschossen. Da. Ich habe ihn. Okay, Hilfe. Ich gehe mal runter. Aber da ist noch einer. Von hinten. Irgendwo ist hier noch einer. Ja, wir haben B gehalten, Leute. Ist gut. Ich glaube, es ist ausgeglichen. Ich gehe mal runter. Oh, die Drohne wieder. Alter, was ist das denn? Was ist diese Drohne? So, ich bin unten. Ich nehme es ein. Ich tauche die ganze Zeit. Also, das sieht aus wie die Titanic hier. So, weißt du, so Untergang am Schiff, so. Irgendwo ein Tempel hier ist noch einer, oder? Oder ist jetzt down? Ja, einen habe ich weggeholt gerade. Alter, hoch. Okay, nice, raus hier. Da ist schon wieder die Drohne, Mann. Boah, diese Drohne, Alter. Ja, wie die sich auch anhört, so. So, meh. Deswegen mal, das ist so ein ferngesteuertes Auto. Ja. Hast du nicht auch diese Kampfdrohne, Dennis? Kann sein. Komm mal mit, wir holen uns A mal zurück. Okay. Du hast ja auch ziemlich krasse Versorgung hier. Aufpassen auf die Peers, ne? Gib euch mal ein bisschen Deckung hier von der Mitte. Aufpassen auf das Rennauto. Oh. Okay, komm, 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 komm. Ah. So geil aus, wenn der hier rumschwimmt. Warte, ich muss gerade einen töten. Der ist down, der ist down. Ja, ich habe den gerade geholt, ja. So, jetzt ab zu A und dann hinter die Säulen, Leute. Von rechts und links kann einer kommen. Ja, äh, links. Alter, ich bin down. Von wo denn? Ich sehe die nicht. Ah, da. Meine Presse, was sind das für Kameradenschweine, die hier rumlaufen? Ja, die haben einen Able. Das sind ja gar nicht Kameraden. Ja, die sind die. Ich habe auch eine scheiß Waffe. Ich muss noch eine Waffe switchen, Alter. Ja, nimmt alles, was ihr habt. Also, ich stehe hier voll unter Beschuss. Alle draußen, alle draußen packen. Schwer im Geschütze. Komm doch her. Wo ist der? Ist da einer? Ja, rechts. Da im Fenster, wo er gerade die Granate geworfen hat. Genau. Ja, du Sau. Aufpassen. Er traut sich nicht raus. Ich hol ihn von der anderen Seite. Warte, ich feuere mal auf ihn ein. Wo denn? Wo ist der? Da, wo ich hinschieße. Irgendwo da muss einer sein. Genau da. Er ist in der Mitte jetzt, so bei den Treppen hoch. Da ist so längst eine Rolltreppe. Da habe ich gerade einen Laserpointer gesehen. Einen grünen habe ich. Ne, der war nicht grün. Da oben. Oh, mit dem ersten Stockwerk. Ich bin down. Zwei habe ich weggeholt. Zwei habe ich weggeholt, ja. Einer ist da noch. Einer ist da noch oben. Okay, hab ihn, hab ihn. Wir leben ihn wieder. Super, super. Nee, er ist so schlecht. Schade. Too late. Ja, die hatten leider nichts. Hier sind noch mehr. Ja, ja, wir hören die ganze Zeit die Stimmen. Medipack oder sowas wäre immer nice. Geh mal Munition. Dankeschön. Da kommt jemand. Rechts. Ich habe eine Einzelschusswaffe. Gott. Pass auf Leute, nicht euch gegenseitig in den Schuss rennen. Boah. Alter, finde man. Sehr schön, sehr schön. Kannst du ihn holen? Ja. Aufpassen. Danke. Ich höre sie wieder laufen. Oder sprechen. Dennis, komm her. Hier, hey, hey. Curry, meine ich. Ja, ja. Okay, von rechts. Ich gucke von rechts. Mein Punkt halten jetzt hier. Ja, ja. Geh mal auf die andere Seite. Ah, ich höre wieder Schritte. Denk dran, wenn die Deutsch sprechen, dann sind das Gegner. Ja, ja, ja. Aber wir sollten auch nicht campen, Leute, ne? Ne, ne, aber... Okay, wir haben jetzt sogar fast die... Wir haben jetzt sogar die Mehrzahl an Punkten. Oh, Alter, heil dich mal. Du hast gar keinen HP, Alter. Hier, komm mal her. Ja, was denn? Ich stehe hier die ganze Zeit im Medipacks drin. Boah. Zack. Wo war der? Wo? Alter. Zack, beide weggeholt. Scheiße. Ah, von hinten kommt einer. Ich bin schon wieder tot, Mann. Ich gucke und dann steht er da vorm Fenster auf einmal. Komm, er fress ihn direkt. Zack. Nichts wieder beleben, mein Freund. Hier wird gekämpft bis zum Umfallen. Alter, hier fällt... Oh, Alter, schreck mich doch nicht so. Wo ist der Panzer? Ja, der Panzer schreckt direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür. Keine Chance. Okay, ich geh raus. Alter, ich hab so lange durchgehalten. Da ist der Panzer. Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Ja, wenn der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin. Oh, Mann, ey. Ich soll jetzt nehmen die das wieder ein. Das ist... Kacke, ey. Aber wir können mal B spawnen, wenn ihr wollt. Ja, wir haben aber gut gehalten. Scheiße, ja. Geh' doch schon hin, ey. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich muss erst mal meine Waffe wiederfinden. Was ist los, Mann? Oh, oh. So, kommst du da hier rum? Nein, nein, nein. Ich höre wieder die Drohne fliegen, Mann. Ja, da versteckt dich. Geh' nach unten. Ne, ne, die ist wieder weg. Die ist wieder weg. So, okay, D wird eingenommen und A müssen wir echt wieder A angreifen am besten, oder? Ja, aber A ist halt der Punkt, wo die halt direkt... Das ist direkt hinter der Base von denen, ne. Da kommen die immer als erstes hin. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn wir den jetzt einnehmen gehen. Meiner, Mann, meiner. Was haltet ihr von D, Leute? So, hier. Ja, der Panzer, der da hinten ist. Weiß er nicht. Two Animo! Lass mal versuchen, den Panzer einzunehmen, wenn der jetzt leer ist. Ja, go, go. Der steht da vorne. Der ist, ne, weil da sind zwei Leute drin. Nein, der bewegt sich. Denk dran, wenn die rüber schwimmt, dann immer die. Okay, einer lenkt den Panzer ab. Ich mach's mit. Ja, er ballert schon auf mich. Einer muss in den Panzer... Ah! Boah! Alter! Boah, ich bin voll dran. Weißt du, das sind ja die Typen, die hocken die ganze Zeit in den Panzer drin und holen die Leute weg und fühlen sich dann geil. Ja, ich bin ein paar drauf gegangen, aber ich hab die Sau getroffen. Da macht er wieder den Major. Boah. Aber schön, wegen's den Panzer geholt. Alles mit, ne, was geht. Ja, Gegner eliminiert, Multi-Kill, Ladies and Gentlemen. Sauber, Dennis, hör mal. So, was haben wir jetzt da oben noch? Der ist back in the game, Alter, hier. Ja, wir müssen jetzt mal reinkommen. So, jetzt Leute, Roleplay. Halt. Hinten, hinten. Ja, ja. Treppenhaus, der ist die Treppe hoch. Ach so. Let's go, komm. Gib ihm. Was denn, ey? Warte, hier fallen wieder überall Schüsse. Komm, wir gehen mal irgendwo hin, wo wir sicher sind. Geh mal das Treppenhaus hoch. Vorsicht, da euch. Ja, der ist da hochgelaufen. Denk dran, ne? Ja, da wollte ich grad sagen. Vorsicht. Für die Reden. Oben, oben, oben. Ja, ja. Weiter hoch. Genau, weiter hoch. Wir nehmen grad hier scheiß oben. Wir nehmen mal einen. Go, go. Go, go. Das ist noch einer, das ist noch einer. Hab ihn. Einen hab ich. Mann, ey, das fickt doch deine Mutter, Alter. Ja, da muss er nachladen, das Schwein. Ich nehm immer noch einen, Leute. Kommt. Du tost, Mann. Ja, ja, spawnt, Leute. Ich kann doch bei mir spawnt. Aber guck mal, ich hab so ne schlechte KD, weil ihr mich, ihr tut, also ihr müsst auch wiederbeleben, ihr Dödel. Ja, ja, klar. Ich bin Sunny Täter, aber wenn ich draufgehe, dann... Dann nix machen, ey. Sunny tot. So, jetzt aber hier, komm. Kommt, einer. Äh, Mann, ey, ich bin immer tot. War's, der lebt noch? Ich hab' dir noch. Ich schmeiß' das Mikro weg. Und ich hab' noch ein KD, ich kann euch nicht wiederbeleben. Scheiße, Mann. Das ist das Problem. Soll ich vielleicht auch doch lieber Sunny spielen, dass wir zwei haben? Nee, lass, easy, komm. Ja. Die Frage ist, was bringt deine Klasse uns? Die kommen da alle da hinten hoch, Alter, hier, ne? Meine Granate, Mann, ich bin tot, ey. Scheiße. Bullock, Alter. Bulldog. Sandra Bullock, Alter. Immer mit der Ruhe, Leute, jetzt nicht hier rumradschen, Mann. Rumradschen. Der haut nur alles weg, hier. Ja, wir nehmen grad B wieder ein. Ja, natürlich, nehmen die wieder, nehmen die D ein. Komm, Leute, lass uns D zurückholen, ey. Ich bumse die jetzt so in den Zehenseits, ne? Das ist mal eine Granate, die Oma noch mitnimmt, Alter. E wird auch eingenommen? Ah, nee, von uns, okay. Ach, klar. Nee, E wird eingenommen. Bei E ist irgendwo in so'n Penner. Alter, die feuern da mit ihrer Scheiß-Rakete rum, Mann. Ich weiß, die sind oben am Fenster. Da kommt doch einer raus, hier. Bimbos, ey. Ah, springt der raus, weißt du, ohne Fallschirm, ey. Wie dumm kann man sein? Dreckiger Penner, ey. Ohne Scheiß, mir reicht es. Go, 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 jetzt hol. Alter, von hinten noch wieder unter Schuss. Jetzt hier hoch und hol mir die alle. Komm, wo seid ihr, Bastarde, deine Mutter, ey. Komm her, da, kommt da, einer, da. Komm, 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 natürlich, bist du tot. Leck meine Munition ab, du Drecksack. Friss mein Staub. Friss meine Mumie. Du da, oder was, da, bist schon drauf, ey. Gang hier. Noobs, Alter. Alter, ich brauche gleich unbedingt Leben. Reicht's jetzt hier? Alter, da kam mir jemand runtergefallen, einfach. Hab ich gesehen. Bronze, gehen wir mal Leben. Wow. Was ist das denn? Bronze, wie hast du den denn nicht gesehen? Also, weiß ich, der Bronze geht hoch, kommt wieder zurück, als wäre er niemals. Ja, was war denn das? Ein Typ, ja, da stand eben noch keiner. Ja, da war ein Typ mit Rakete. Er hatte seine Rakete direkt auf uns abgefeuert. Ja, man kann ja übrigens sagen, Battlefield Tatline werden wir natürlich auch zocken, wenn es rauskommt. Wobei, ich kriege schon wieder die Kretze bei so. Also, da fällt einer runter, Alter, komm mal her, du. Wo bist du, Mann? Ich weiß doch, dass du da bist. Ich weiß doch, dass du da bist, du Arsch. Wo bist du denn? Ich hör dich doch. Sag mir doch, wo du bist. Komm, da bist du, da bist du mit deinem Raketenwerfer. Weißt du, wo du jetzt bist? Im Jenseits, Mann. Jo, Alter. Jo, Alter, der Brunschirmer. Da oben, der Helikopter, Helikopter, Alter, rein, hier, runter, runter. Okay, runter. Da hinten, da versteckt er sich in den Containern, ernsthaft. Ernsthaft, komm her, du, Bimbo. Wo ist der? Nee. Ah, nee, nicht, Messer. Wo bist du? Wo ist der hin? Hat sich in Luft aufgelöst, da vorne rennt wieder so ein Feuerwehrwagen. Flaschkekse. Da vorne rennt ein Feuerwehrwagen? Ja, da vorne fährt so ein Sportauto. Guck mal hier oben, guck mal hier oben, weißt du, da rennt er hier lang, Alter, rennt er hier oben lang. Kannst du mir doch nicht erzählen, wie darfst du das denn nicht? Typisch, typisch. Ist jetzt hier oben alles klar? Ich weiß es nicht, aber der Helikopter, ey. Zur E rüber, Leute. Hat keiner. Aber wo ist der Helikopter, da. Da, komm mal hier runter, komm mal runter hier. Okay, go, go. Jetzt wieder hoch, oder was? Das ist der Singleplayer, Alter. Oh, von hinten. Dennis, von der Treppe, von der Treppe. Ja, wir müssen erst mal den Punkt hier halten, ihr Dödel. Den kann ich gleich wegrennen. Hey, ich bin hier nur hinterher gerannt. Ja, aber der Bronzi geht wieder machen schaffender, weißt du? Guck mal, wie viele Punkte. Wir haben jetzt vier Punkte, die haben nur noch einen, Mann. Das müssen wir jetzt halten. Okay, jetzt wieder rüber zu C und dann C erstmal halten, ne? Nein, D. D ist so der Hotspot, wo alle immer hinrennen. Warte, jetzt erst noch ein bisschen bei D. Ich hör das schon mit einem Fallschirm hier. Alter, der hat mich geneift, die Sau. Ja, sag ich doch. Ich dachte, das wäre einer von euch. Wo seid ihr denn gewesen? Ich war hinter dir, ich habe den Typen getötet. Du kannst es aber auch abwehren, irgendwie. Ich weiß aber nicht wie. Du musst dann F drücken, wenn er dich da leid von hinten. Ja, ich dachte, einer von euch war nicht im Armen oder sowas. Ja, klar. Komm her. Hack die, 3 Hugs. Also, irgendjemand ist doch wieder hier oben, ne? Alter, da kommt wieder eine Rakete runter. Ja, ich bin da und hinter dir, Curry. Der Wichser. Bist du Medic? Da kommt der Wichser, der fährt hier runter. Nix da, mein Freund. Bist du Medic, Mann? Ja. Nein, ich bin gar nicht Medic. Ich bin... Der Bronx ist Medic, weil der rennt wieder da unten rum mit seinem Hakenkreuz. Ja, ich bin hier gerade unter euch, Alter. Was machst du denn, Bronzer, Alter? Singleplayer oder was? Nein, Mann. Ich gucke hier nur unten durch, ob hier irgendwas kommt. Ich gucke hier unten durch. Bronzer, Alter. Der neue Sarazer, ich sag dir das. Pass auf, Dennis. Oh, sag doch, dass deiner steht, du Strock... Das habe ich doch gesagt. Pass auf, wenn der auf mich schießt. Statt du einfach sagst, ey, der rennt ist... Nein, ich habe es gesagt, aber du... Bald, guck mal, dieser Defcon Zero. Weißt du, guck mal seine Punkte, Alter, wie das abgeht. Der hat 100% Cheater. Kannst du mir sagen, wenn du willst, oder die nimmt D ein? Der hat an. Ja, 100% hat der an, Alter. Der hat irgendwie den Aimbot oder so einen Scheiß. Das sehe ich sofort. Ja, gerade einsatz zählt. Ich glaube nicht. Welche Schluckis haben wir denn hier? Ja, wir nehmen meinen Punkt D ein. Ich glaube das nicht. Dein D-Punkt. Da oben geht die... Ja, wir holen uns die Punkte. Die sind oben, über uns. Ja, genau. Hier rechts. Die kommen hier rechts gleich runter, oder? Von der Treppe wahrscheinlich. Ich mach jetzt mal Granate hin. Da! Ah, nee, der ist von uns. Alter. Abwarten. Wurde erst so spät angezeigt. Ich hab den voll weggeballert, ey. Weg da, weg da. Ich will die Treppe im Auge behalten. Ja, ich habe die andere Treppe im Auge. Okay, okay. Der ist tot jetzt, der hochgegangen ist. Oh, von hinten. Von der anderen Treppe. Von der anderen Treppe. Ich bin gestorben. Wo, Curry, wo? Ja, ich stand direkt an der Treppe rechts. Curry, spawnen bei mir? Solange ihr am Leben bleibt, ist alles cool. So. Der ist bei dir, bei uns da vor dir. Direkt 12 Uhr. Mal alles oder nichts, Alter. Ich hole mir den jetzt. Komm her. Wir kontrollieren jetzt Einsatz Ziel Alpha. Wo ist er denn? Da bin ich im Fallschirm abgesprungen. Aufpassen. Ich hab keine Ahnung. Da müsste ich eigentlich irgendwo sein, ne? Von hinter uns. Habe ich gerade Stimmen gehört. Hinter uns, genau. Da kommen sie gleich, glaube ich, hier runter. Boah, links. Ah, die überraschend. Schon wieder der Christian Play. Der ist immer hier. Immer. Ah, Mann, du bist doch... Ja, da fliegt wieder die Rakete. Natürlich, weißt du, der Christian Play schon wieder. Weißt du, der Spiel mit dem Raketenwerfer, Alter. Was ist denn mit ihm los? Aber guck mal, wir haben gerade alle Punkte, aber die werden wieder eingenommen. Die Spiel mit dem Raketenwerfer, Alter. Jetzt ziehen wir noch keinen. So unnötig. Ja, komm, wir holen uns jetzt die wieder, Mann. Scheiß, Alter. So ein Arsch, Alter. Vor allem auch so kleiner Distanz, ne? Ja, 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 ja. M16 ist nicht so gut, glaube ich, oder? Kommt drauf an. Was hast du denn? Da steht auf jeden Fall oben jemand. Komm, was? Was? Was bist du denn für ein Spaß, die? 39, 6, 1, 9, 6, ey, komm. Denk Seloth mit der Pionier. Weißt du, ich baller da die ganze Wand weg und der geht mit dem Headshot. Ich bettel mir bei dir jetzt die Seele vom Leib. Ich geh jetzt rein. War's, war's, war's. Natürlich, Mann. Ja, klar, der holt es beide weg. Natürlich, klar. Weißt du, das sind voll die Cheater 41, 6. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Wir sind, wir sind EA. Wir machen super Anti-Ski-Tools. Ja, am Arsch, Alter. Weißt du, sorry. Aber das ist doch Scheiße, Mann. Ja. Wir laufen mal hier oben. Ey. Aber das sind halt Typen, die das den ganzen Tag spielen, ne? Ja, einfach nicht die TKD, Mann. Da kannst du mir sagen, was du willst. Mir egal, ob die Leute jetzt mich da... Komm. Besser ist ja dann, wenn die da mit ihren Drohnen angeflogen kommen und mit ihren Raketen. Guck mal, hier Panzer haben wir. Wow. Das ist wie Call of Duty. Wenn ihr da erstmal die Killstrikes habt. Naja, genau. Dann geht's ab. Das kannst du mir nicht erzählen. Wow, ich hab den Scheiß-Wichser mal getötet, Mann. Ey, das Spiel ist nix für mich, ey. Wie mich das aufregt. Merkt man gar nicht. Das ist halt der Hardcore-Mode, das ist aber... Nee. Raus, raus. Alter. Guck mal, hier kannst du dich hier draufstellen. Ja, komm, ey. Einmal stehen bleiben, direkt tot. Wo, wo, Mann, wo? Ich sehe nur Schüsse von oben. Wahrscheinlich D wieder. Er wieder, weißte? Er wieder, er wieder. Der Bengel wieder. Er wieder wieder. Fickt euch. Ich hab ihn noch geholt. Yes. Wer hat mich wiederbelebt? Jo. Pass auf, die nehmen C ein, Mann. Ja, ja, aber die sind da voll... Alter, was hab ich denn hier? Ich hab, äh, Phantom-Schießen oder was? Boah, boah. Was, da fliegen schon wieder Raketen, weißt du? Das ist doch immer wieder derselben Scheiß mit dem S-Raw. Okay, ich... Alter. Der kommt da oben mit seiner S-Raw. Gebrüht, gebrüht. Wo ist der denn? Ach, da oben. Der steht schon seit... Der steht da oben auf dem Turm. Der steht schon seit zwölf Stunden über B, äh, über D da oben. Der steht da oben. Ja. Der steht da oben. Der hat irgendwie zwölftausend Raketen. Aber weißt du, warum spielt der Penner der mit dem Raketenwerfer, Alter? Der jointet uns ja immer nach, aber spielt doch nicht mit dem Raketenwerfer. Was bist du denn für ein Trottel, Alter? Boah, nee, ey, langsam. Ich gehe mal zu A rüber. Das sind die Leute, weißt du, die sich wunderschöne Spiele total kaputt machen. Ja. Ach, wir haben A eingenommen, okay. Na dann. Leckt mich doch, ey. Wieder umdrehen. Zack. Ja, fast. Also wirklich ohne Scheiß, Leute. Wenn ihr Bell-Field-Let's-Play guckt, ey, erwarte nicht die beste Laune von mir, weil das... Da schießt ihr schon... Ey, da schießt ihr schon wieder mit... Ich muss dazu sagen, Dennis hat früher bei der AESA gespielt, da war er schon... Nee, aber weißt du, ich spiel... Du kannst hier nix machen, Alter, wir müssen irgendwie... Nee, das sind halt diese doofen Tode, die man immer spielt, weißt du. Ja, nee, das ist einfach scheiße, wenn die so mit dem Raketenwerfer 5 Meter Distanz und schießen mit dem Raketenwerfer auf dich. Das ist nicht Battlefield, Mann. Aber das hast du ja auch überall irgendwie, ne? Gibt das nicht auch bei Call of Duty, sodass du da einen wegholst? Ja, aber das ist ja nicht Call of Duty. Ja, aber ich meine nur, das machen die halt wieder, oder? Ja, aber wenn sie halt keinen Aim haben oder so, holen sie die Granatwerfer und Raketenwerfer raus und dann hier... Ja, ist so. Noob-Scheiße. Das stimmt, das stimmt. Da wirst du... Noob-Tub! Alle! Alle! So, ich... Ich versuche mal D einzunehmen. Kannst du ruhig tauchen gehen, du Lulatsch, Alter. Da war er, siehst du... Alter, Boss, schicken wir mal, Alter. Das ist tot, Mann. Hier. Geil, der Boss hat mir Leben gegeben. Guck mal hochgehen, jetzt hier D, oder was? Ja, go, wir rasten aus jetzt. Wir flippen aus, Pumse! Mach eine Plattier! Tot. Wo seid ihr, Scheimscheißer? Scheimscheißer hier, die Scheimscheißer. Die Reinscheißer. So, ich leg mich jetzt einfach hier hin und nehm D ein. Fertig. Ach, ihr seid ihr, oder was? Wir sind bei D, ja? Wir sind bei D, ja? Das ist, glaub ich, ganz geil, ey. Die Ruhe vor dem Sturm. Das ist Tarnung, Bronze. Das ist Tarnung. Guck mal, wie ich hier langsam... ...vorscheiche. Also, über uns schon wieder die Raketen los. Ja, ja, der Dennis ist wieder tot, weißt du? Schon wieder mit Raketen... Jetzt reizt's mir. Wo ist der? Wo ist der? Lass dir mal holen, dann. Oben auf den Tower. Da ist so ein ganz großer Wolkenkasser. Da steht er auf dem Dach, Alter. Boah! So, jetzt hab ich in den Chat mal geschrieben, Alter. Ohne Witz. Mir reicht das, ey. Woah! Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Bengel. Bengel! Aber es sind immer dieselben. Immer dieser Bengel, der mit dem... ...mit seinem scheiß Raketen einfach da oben. Alter Schwede, ey. Nimm die D wieder ein. Kommt nach D, Jungs. Ja, ich spawn einfach bei dir. Zack, Treppe hoch. Go, go. Wo sind die Spacken? Ja, komm, Alter. Weißt du, das ist doch scheiße, ey. Hey, die sind hier auf jeden Fall in Überzahl. Wolltet ihr die mal ein bisschen ausprobieren? Ja, ist doch klar, ey. Ist doch scheiße, Alter. Schreibt ihr das da oben, oder was? Deine Mutter wollte das ausprobieren, ey. Ja, ist doch schmasse, Alter. Der probiert die schon seit 20 Folgen aus. Guck mal, wieder da oben, siehste. Ach, komm. Nee, nein. Nee, der ist wirklich nicht auf. Komm. Hat keinen Sinn, Alter. Nee, das ist echt zu schade dafür. Ja, Battlefield ist auf jeden Fall ein Rage-Shats-Play. Kann ich echt schon mal... Da hinten kommt... Nee, da hinten. Da ist der Bronze. Pass auf, da oben ist wieder Highlight in Tüten, Alice. Natürlich! Ey, Leute, das kann nicht sein! Pass auf, Bronze! Ah! Die Mongolen! Alter, Bronzi! Ich will sterben. Ich will einfach nur noch sterben gerade in dem Moment. Scheiße! Kann jemand mir hier bitte mal einen Strick vorbeibringen? Dankeschön. Äh... Boah! Natürlich nehmt ihr wieder D ein. Natürlich! Wo seid ihr Molucken, Alter? Kommt her! Der kam der Außergesprung gerade in den Mongolen. Oh, lol! Hä? Wie kann der... In meinem Revier sterbe ich bei Schalke 04! Dann immer dieser Scheiß... Wow! The Christian Play hat tatsächlich mal mit der AK-12 jemand angewandt. Ja, aber nur weil er zwei Meter vor uns stand. Sonst hätte er uns nicht getroffen mit seinem Aim. Türi, pass auf, da links kommt er. Da kommt er, da kommt er! Oh! Von tausend Seiten! Christian Play! Du bist nicht Batman! Tod! Weißte, ich... Was war das denn, Alter? Volles Abschlussrohr! Ich schmeiß... Ich schmeiß... So die Granate an den Kopf, so weißt du? An den Kopf schmeiß ich den so... Die Granate? Ey, hörst du mal zu! Kurz eine lustige Geschichte! Hörst du! Eine lustige Geschichte! Ich schmeiß den die Granate an den Kopf... Und er überlebt! Weißt du, das ist das ganze... Er hat sie abgewehrt mit seiner Rakete! Er frisst die Granate quasi! Ja, so einfach in den Mund, weißt du... Und dann BOOM! Wie früher bei den besten Cartoons immer so... Wo wir die immer Dynamit gefressen haben... Und dann extra explodiert... Und dann... Kommen wir so eine Mini-Atom-Wolke! Ja, ja! Alle hinter dir! Ab in den Tod! Pass auf! Oder eher ab in die Rakete! Hat er gut ausprobiert auf jeden Fall, ne? Ja, er probiert immer noch aus! Er hat das noch nicht so... Ganz geübt! Der immer noch mit dem Raketenwerfen... Ach komm, ich sag da nix mehr! Ich sag da nix mehr! Bei so unterbelichteten Gestalten sei nix mehr! Ja, das ist halt... Pass auf! Du Wixer! Fuck you, ey! Fuck you! Alter, hinter dem Gammel-Auto! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los, Mann? So ist das, Mann! So ist das, mein Freund! Ja, Bonze! Bonze, gib mir dein Medi-Pack! Wie du mir noch nie ein Medi-Pack gegeben hast! Ich schieb's dir rein! Was? Was? Also durch die Durchlage hier! So! Bitch! Wo seid ihr hier, Mongos? Jetzt sehen wir den Punkt wieder nie... Pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf! Ich fress Flatulenzen, Alter! Ey, wo sind die? Da, da links! Der Dev... Alter, immer dieselbe Sposten! Immer derselbe! Immer derselbe! Immer derselbe! Devcon Zero! Devcon Zero! Was heißt denn da links? Wo der... Ach, da oben! Da! Da oben! Ja! Der ist überall! Ich glaube, der kann sich rum teleportieren! Mit seinem Hack! Da, links! Bats! Sag mal, du bist doch Medic, oder? Was ist da los? Ja, hab ich! Ja, wie hast du? Hey! Von der Treppe! Der da reingejumpt ist! Devcon! Entschuldigung, für die Geräusche, aber ich hab grad mein Mikro mal kurz angehoben, weil ich es eigentlich rausschmeißen wollte, aber... Ich hoffe, man hört mich noch ganz klar! Es ist es nicht wert! Weißt du so, ich werf jetzt mein Mikro! Oh doch nicht! Komm nach E, Mann, nach E! Oh, ihr geht die Body ab! Ihr geht die Body ab! Ihr geht die Body ab! Ihr werdet alle sterben! Tot! Wo sind die denn die Gegner? Ja, die lagen direkt bei E! Vor der Tür! Alle haben jetzt hier auf doch keine Granate! Die sind doch tot! Oh, da oben stehen die da! Er töte mich fast selber! Ich kann beim Schießen nach vorne! Da ist wieder Devcon Zero, gleich komm... Rakete! Bängel! Natürlich! Wer auch sonst! Bängel! KD, das ist ein Traum! Der hat dich jetzt nicht ernsthaft auch getötet, oder? Der hat mich zuerst getötet! Und dann direkt mich? Wie soll das denn gehen? Wie zur Hölle soll das denn gehen? Alter, Brons, was machst du hier? Fahr jetzt hier rum, Alter! Brons, bleib mal stehen, Mann! Ich... Wir machen jetzt Kamikaze, Willi, Alter! Warte, ich komm zu dir! Hä? Mach mal C4 Baggi, hier! Mach mal C4 dabei! Boah! Alter, das gibt's nicht! Down, Alter! Hardcore ist aber zu krass, weil du bist... Du bist direkt... Du kommst nicht mal aus deiner Basis raus! Hast du wieder umgefahren, oder? Ne, ich hab dir nen Headshot gegeben, nen Penner, Alter! Das war wieder der gleiche! Natürlich! Natürlich! Ja, bingel, 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 bingel! Hör mal wieder offen, Alter! Und der Abanspiele, x4 Sehr schön bronze, ist tot. Deth��ittss quem? Deth current? Hey, helikopter, helikopter,loor, Bahts here! Jetzt haarigts hier! –Tot! Wer, wer, wer?! –Mac Matrix! Der Helikopter-Helikopter-Bitches. Jetzt reicht's hier. Wer, wer, wer? Macmatrix. Mit der Bulldog, Alter. Bist du im Helikopter? Ja. Ich kann da gar nicht rein. Ballerst du da grad rum? Ja. Ich schütze ab. Tot. Oh, Alter. Wie bist du denn hier gelandet? Ihr landet erst mal im Vorgarten. Im Lupini-Vorgarten. Einnehmen. Komm, Ladies. Ja, ich lieg hier wie so'n Churchill auf der Platte. Wir holen uns den Punkt. Wir holen uns eh, wir holen uns eh, Alter. Egal, was es kostet. Wir holen uns eh. Natürlich. Hä? Was war das denn jetzt? Du weißt halt nicht, wo die überall stehen können. Aber immerhin hab ich Conquest-Sage gekriegt. Sehr schön. Ey, Mann, ey. Ich wurde befördert in der Scheißrunde hier. Ich hab mal Bock, so richtig Jet zu fliegen oder sowas. Ja. Ja, kannst du ja noch machen auf einer großen Oberungslab. Ja, das hast du mir. Scheißegal, leider. Von Schippen-Mörser, kann ich ja dran? No. Nö, natürlich nicht. Hey, ab in den Süden. Da. Auf jeden Fall richtig. Auf wen stehst du denn da? Was war wichtig? Als ob wir das noch gewinnen. Das glaubst du aber selbst nicht. Oha, tot, natürlich. Was noch sonst? Klar. Ich hab ja nichts sonst zu tun oder so. Nö. Bonks, wie geht's dir so? Den hol ich mir jetzt hier. Lebst du noch? Äh, ich bin ja grad mit einem Squad rumgefahren. Mit einem Squad bist du rumgefahren? Huren Bock, ey. Es gibt so einen. Huren Bock, ey. Da kommt er an, die spinnt da. What? Scheiße, 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 Mann. Lunte Leute. Niemanden belebt so wieder. Der hat ihn wieder belebt, der Arsch. Ich bin bei euch. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Wer hat mich denn jetzt umgebracht, bitte? Immer hab ich nur einen mitgenommen. Immer hab ich nur einen mitgenommen. Nehm das. Fress, bleib. Defcon Zero. Deine sind verrückt. Das ist, das ist, das ist, das ist der Pro, Alter. Das ist der Pro von Crow, ey. Ohne Scheiß hinter euch ist irgendwo einer. Hinter uns? Ich riech schon seine Schei... Alter, hier fliegen wieder die Raketen? Die sind doch da unten. Wo kommen die denn? Ja, aus seinem Süden. Die kleinen Schwachmaten. Die, die, die überlebt hat. Das kann er nicht bringen, Alter. Das kann er echt nicht bringen. Rechts. Rechts da unten beim Container. Hä? Wo krieg ich denn hier Schaden, Mann? Hier schießt die ganze Zeit jemand mit dem Mörser rum, Mann. Wie behindert ist der denn? Ja, ist der echt so. Na ja, bin er, ey. Voll der Curry, ey. Wo ist der denn? Ich bin hier unten. Ich war mal hier einer Feilungs-Ninja. Wo, wo? Ganz hinten bei A in dem Gebäude drin. Versuche mal rüber zu schießen. Ja, die ist verloren. Ich stürme jetzt A. Ja. Da war keine Fernkampfwaffe, das ist das Problem, ey. Ja, deswegen stürme ich ja jetzt A. Ja, aber jetzt ne A, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ja, ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit dir, du Sau. Zack. Krieg ich mal ein Medipack? Ja, der brauchst du natürlich nicht da, ne? Ja, damit heile ich mich einfach. Ja. Haha. Bronze, Bronze, ich geh mit noch Medipack. Sehr schön. Super, super, super. Hä, wo ist denn das Medipack? Ah doch, jetzt. Super. Das bekommst du automatisch, wenn du das auf den Kopf wirst. Ja, wenn du mir auf den Kopf wirst. Pass auf, pass auf, pass auf. Boah, was hab ich? Medkit, äh, Meddle. Alter. Hä? Was war das denn jetzt? Ramba, zamba, zamba, ramba. Wer hat mich grad umgebracht? Ja, das war halt wieder dieses Teil, Mann. Ja, aber das müsste doch da stehen, dann. Auch ne andere Waffe, Mann. Das ist von Mörder oder, äh, von Mörser. Von... Boah! Das ist immer dieser Mörser, Mann. Äh, wieso haben die Mörser? Ja... Ich guck mal, ob ich einen Mörser hab. Nimm jetzt mal die... Ich nehm jetzt mal die... Ich nehm jetzt mal einen Mörser hier, komm. Ich hab auch einen Mörser, yo. Jetzt geht los. Jetzt gammel ich mich irgendwo in die Ecke. Und schieß einfach da rum. Welche Waffe soll ich nehmen? Sack! Mörser aufbauen direkt hier unterm Dach. Das ist bestimmt die beste Idee. Ich hoffe, der reicht von der Distanz her. Jaja, da musst du immer mal ein bisschen mit aufpassen. Aber es geht eigentlich. Eigentlich müsste das gehen. So, Nummer 4. Zack. Und einmal bitte. Okay. Zack. Ein bisschen näher ran. Alter, ist das denn für ein Visier, ey? Ey, ist das denn jetzt hier der Mörser, oder was? Ja, ja. Das ist voll geil, eigentlich. Ja, Mann, Alter. Echt nice. Ja, wir hatten keine Chance. Hast du doch gesehen. Das war die Runde der Raketen-Bilbos. Das war richtig krass. Ja, wir zocken auf jeden Fall Dragon's Teeth in den nächsten Tagen. Die ganzen Maps hier sind ja noch drei Stück, die man noch zeigen kann. Ja. Vielleicht nochmal der Modus auf jeden Fall, aber... Nein, die nächste Runde ist auf jeden Fall eine Eroberung. So, jetzt gebe ich dir nochmal hier... Ein paar Punkte am Start, hier, Mann. Ich meine, hab ich eine Waffe freigeschaltet. Yeah. Vollvisiere, Mad-Kid-Metal, alles super. Ich bin ein Level gestiegen. Geil. Passt eigentlich. Passt doch eigentlich. Ja, Bronze. So, Level 41, meine Damen und Herren. Wunderschön. Ich bin auch Level 41. Mhm, auf jeden. Ja, guckt auch. Oh, ich bin fast Level 42. Und der Bronze hier. Ja, nochmal vielen Dank an The Christian Play, ne? Du bist ja der Hammer. Naja, auf jeden. Ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Battle Field übermorgen um... Ihr wisst, welche Zeit. Bei der 18 Uhr, wie immer. Danke fürs Zusehen und ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ich brauche jetzt erstmal ne schöne kalte Cola und ne Fanta, ne kleine Fanta ohne Eis. Bis dahin. Ciao. Ich bin Batman. 넣 город. Ich bin man mit deroquen Zeit. Hier auf jeden Fall des Rockets salute. Das ist derjectiven Zeitung affiliate. Ah, warum. Vielen Dank.